Äh, das letzte Mal wurden wir von ihm getötet, dann starten wir einfach wieder bei dem. Nein. Er ist in einem Auto los! Echt cool. Fahr zu den Gegnern! Weh, du steckst jetzt aus. Hallo? Geil, echt cool fährst du, echt cool. Ich füße einfach auf alles. Ach! Ach, fahr da doch nicht einfach rein, Mann. Aaaaaah! Echt richtig cool! Ach, Kacke. Hey, da brennt ja alles. Könntest du bitte mal wieder in die richtige Richtung fahren? Hallo? Hallo? Na, der ist dabei! Scheiße! Nein Nein, er ist mein Nebensitzer, nein Was heißt Nebensitzer, Beifahrer Scheiße Ich seh nix Hallo Ich krieg hier ein bisschen Schaden an Hallo Ich wundere mich, warum der noch dabei ist Ich seh nix Da ist jemand, da ist ein Feind Da ist kaputt Lebe Ey, die haben uns am Wagen geklaut Scheiße Nein Ich kann kein Heli fliegen Habe ich das jemals gesagt? Das hilft halt auch nicht Egal Detente Okay, du bist... Ich bin geimpft und Es sind wir billig Die Militäre Jim kämpftet wer wird auch scheiße man sponsoriert außen das sind der da er da der 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 nein fahr nicht weg ach du scheiße nehme ich mit auf den kampfstedt hätte jetzt eine granate auf den drauf geworfen nein schieß ach komm sterb oh äh premium unfair bann ja ja los emilie nein scheiß position emilie egal da hast du dich ballern oh nein 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 fast hey scheiße lauf seh nix ja 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 da da fach Komm schon da nicht raus Ah What the fuck Hilfe Ups Sorry Da drauf schlägt einer Oh das ist unser Äh der zieht auf mich Ach komm Warum kann der mit seiner Waffe über so eine reich Ja genau Genau was haben die alle für Waffen Ich will auch so ne coole Waffe haben Treff ich einfach über 5km alle Ja der hat nen Panzer Los 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 Gebt da raus man Darbei Keine Ahnung Geh da raus Der Panzer brennt Nice Garbatsch Hallo Oh der ist ja noch Gut Ah scheiße Warum hat der fucking Raketenwerfer Jetzt aber Ja Jetzt Jetzt machen wir sie fertig Jetzt machen wir sie fertig Aber erst im nächsten Part Start Also Ich Ich